In ihrem Abschlussdokument haben sich die G7-Außenminister einer internationalen Ordnung verpflichtet, die auf dem Völkerrecht und der Rechtsstaatlichkeit beruht. Das ist eine klare Ansage an Russland und an China. Im Fall von Russland bedeutet das, dass die G7-Außenminister den russischen Angriffskrieg weiterhin in aller Entschiedenheit ablehnen. Sie wollen die Ukraine weiterhin so weit und so lange unterstützen, wie immer das notwendig sein wird. Und in Bezug auf China ist ganz interessant zu beobachten, dass die Außenminister hier durchaus einen Balanceakt vollführen. Auf der einen Seite erinnern sie China an die internationalen Spielregeln, an die Charta der Vereinten Nationen und ermahnen Peking im Umgang mit seinen Nachbarn fair zu bleiben, keine Gewalt anzuwenden, auch keine militärische Gewalt etwa gegenüber Taiwan. Und auf der anderen Seite strecken sie China die ausgestreckte Hand für weitere Verhandlungen hin. Da spiegelt sich natürlich wieder, dass die G7 sich sehr wohl der Tatsache bewusst sind, wie wichtig der China-Handel auch für sie selber ist. Ohne China läuft in der Weltwirtschaft nicht mehr viel. Und deswegen kommt es für sie ganz besonders darauf an, den Gesprächsfaden zu China zu halten und wieder verstärkt aufzunehmen, um auf diesem Wege eine Deeskalierung im Indopazifik in Ostasien zu erreichen. Vielen Dank.